Das Lehramtsstudium beinhaltet mehrere Praktika. Aber warum stehen wir für ein hochwertiges Praktikum? Zum einen verknüpft das Praktikum die Theorie des Studiums mit der Praxis. Es gibt uns die Möglichkeit, den Schulalltag in der Rolle einer Lehrkraft zu erleben und Unterrichtserfahrung zu sammeln. Wir können unsere persönliche Eignung für den Beruf reflektieren und eine eigene Lehrerpersönlichkeit entwickeln. Dabei können wir uns an erfahrene Lehrkräfte wenden. Wir gehen also ins Praktikum, um uns effektiv auf die Zeit nach dem Studium vorzubereiten. Deshalb setzen wir, die Studierenden im BLFV, uns dafür ein. Wir schaffen einen Rahmen für Reflexion und Austausch und engagieren uns für eine hohe Praktikumsqualität.